Unsere Produktion in Deutschland steht für höchste Qualität und Präzision. Durch strenge Qualitätskontrollen und fortschrittliche Fertigungstechniken garantieren wir die außergewöhnliche Langlebigkeit und Zuverlässigkeit unserer Pumpen. Die Vorteile unserer Pumpen sind vielfältig. In der Getränkeindustrie sorgen unsere Sinuspumpen für eine schonende Förderung, die die Qualität der Produkte bewahrt. In der Lebensmittelindustrie garantieren sie die Verarbeitung empfindlichster Produkte wie Soßen, Teigwaren, Feinkostsalate ohne jegliche Beschädigung. Für Molkereiprodukte bieten unsere Pumpen effiziente Lösungen, die Milch, Butter, Molke und andere Erzeugnisse behutsam transportieren. In der Feinchemieindustrie ermöglichen sie eine präzise und gleichmäßige Förderung ihrer Produkte wie Reinigungsmittel, Wasch- und Körperpflegemittel. Ein besonderer Vorteil für die Kosmetik- und Pharmaindustrie? Unsere Pumpen verhindern die Bildung von Schaum und fördert ihr Produkt ohne Scherkräfte. In der Süßwarenindustrie sind sie vielseitig einsetzbar, ob bei der Verarbeitung von Speiseeis oder Schokolade. Vertrauen Sie auf Qualität, Präzision und Innovation. Vertrauen Sie auf Soma.